Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute hier wird Lena, Paul und Lara und ja Leute, wir sind hier wieder am Start. Wir traden uns ein bisschen hoch hier auf diesem Account. Folgt diesem Account gerne heißen Nachbarn-zocken. Genauso wie unser Kanal ja selber. Ja, mit dem Kanal haben wir gestern, gestern, vorgestern, wie? Wann haben wir damit angefangen, mit dem Kanal hier, mit dem hier, Roblox? Ach ja, mit diesem neuen Roblox-Account, den haben wir vorgestern, als Roblox wieder funktioniert hat, aufgemacht. War das nicht gestern? Doch, das war gestern. Stimmt. Gestern haben wir den Kanal erstellt. Nein, das war vorgestern, weil gestern kam ich ja nur raus. Oder? Gestern. Nein, das war gestern. Aber gestern war ja, vorgestern war ich ja nicht mal zu Hause, wegen Halloween. Ach so. Hä? Ich check's nicht. Hä, doch, das war wirklich gestern. Ja, das war gestern. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als wir den aufgemacht haben und da war die bei mir drin. Nein. Nein. Ja. Aber da hat das mit dem Aufmachen ja nicht geklappt. Ich war doch gar nicht. Ah, dann hattest du mir den ja geschickt. Ja. Wie du da... Ah, so. Ja, okay, ist ja auch egal. Ähm, so, wir quälen uns ein bisschen hoch. Zeig mal, wie, ob es kommen ist, das Pet, was wir da haben. Oder so. Okay, es ist kommen. Es ist aus dem Mythic-Eck. Ich hab das gegen eine Katze bekommen. Okay. Ich zeig dir mal die Traits. Haben wir das? Gibt's das überhaupt noch? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht mehr. Warte, warte, warte. Ich geh mal gucken. Aber du kannst das auch danach gucken, im Journal. Nee. Doch nicht. Geschenke. Da steht nur, welche Pets man hat. Ah, nee, Geschenke waren. Spielzeuge, gab's das hier vielleicht? Keine Ahnung, ich geh einfach gucken. Mhm. Da drin. Ja. Aber das gibt's wirklich noch. Dann haben wir das hier einfach noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob's das noch. Hä, was ist das da oben? Oh, das da? Das ist neu, was... Ja, das ist vom Halloween-Event, das sind Candys, damit kannst du das kaufen. Alter. Also Pets kaufen. Oh mein Gott, das wüsste ich noch gar nicht. Ja, okay, ich bin selten in a Dogme, muss ich selber sagen. Und, aber in diesem Video soll es eigentlich hauptsächlich darum gehen, zu traden. Deswegen geben wir dann auch direkt ins Trading. Kann ich das jetzt machen? Eingeben. Hi. Yes, ich möchte es machen. Das ist ja ein Scam. Ja, Alter. Das ist ein richtiger Scam. Was war denn? Okay. Das ist wohl hier so... Als ob die da so sagt, okay, ich mach das. Alter. Scam. I give you... If you give me a good knowledge. Nee, das ist ja auch ein Scam. Oder? Nee, das ist ja auch ein Scam. Weiß ja die Sacker noch, okay. Alter mit Ezer, ey. Wieso gibt man denn gerade alle? Bisschen, bisschen dumm. Mein Dreampad ist ein Shadow Dragon. Do you want to trade your first Dragon for my Shadow Dragon? Sure. Ja, okay, das ist ja ganz Scam. Keine Ahnung. Ja, nee, ist es ja nicht, weil... Ah, nee, nee, nee. Ja, ja. Das ist ja... Okay, und dann geht es jetzt eigentlich auch nur noch um Traden. Ja, aber wir mussten ja noch kurz was machen. Ja, Leute, wir sehen uns dann, wenn wir dann gleich das alles hier übersprungen haben. Und ja, Leute, wir sind jetzt hier so in der Mitte. Es sieht mir jetzt nicht so nach Witch-Server aus. Ja, ich kann jetzt gleich mal in Witch-Server gehen, aber was bringt uns das, wenn wir nur das haben? Nee, eben. Wir versuchen jetzt einfach mal irgendjemanden anzutraden. Ach nee, wir machen doch jetzt nicht mit schlafen. Komm, das ist doch jetzt völlig egal. Wir gucken erstmal, dass wir dagegen etwas kriegen. Ja, aber dann könnten wir uns gleich ein Royal Egg holen, das hatchen und dann... Verstehst du? Ja. Dann haben wir dann wieder ein Pet, weil aus dem Royal Egg haben wir dann immer noch... Okay, Leute, also wir sparen... Da haben wir nämlich dann noch eine hohe Chance, da was raus. Stimmt. Oh mein Gott. Geil. Ich versuche einfach trotzdem, die jetzt schnell anzutraden hier. Snow Owl habe ich nicht so gute Scheißen jetzt hier, aber... Kaffee ist auch gekillt. Ja, die Lara spielt hier ein Bus-Spiel. Komm, komm, warte, 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 warte. Was ist das? Ein Halloween-Pet. Ist das von diesem Halloween? Das macht er nicht. Ja, das ist von diesem Halloween. Es gibt einen richtig krass Update. Es gibt drei Mumien-Cats. Und sogar einen... Äh, äh, einen Skledstock. Okay. Gut, dann warte jetzt mal auf andere... Du hast doch noch Aufgaben. Achso, du gehst gerade auch zum Spielplatz, okay. Ja, die andere Person, die da war, hat man vielleicht abgelehnt. Vielleicht kommt ja hier jemand zum Spielplatz, seine Aufgaben machen. Ja, denke ich schon, weil man kriegt ja die Aufgaben halt zur gleichen Zeit. Aber die, die teleportieren sich wahrscheinlich dann nach da, hier. Zum Kinder-Dings-Da-Bums-Da-Da. Es kommt halt keiner. Sind die alle zu faul, ihre Aufgaben zu machen, oder? Ja, die Busfahrer sind. Ja, Leute. Wir zeigen mal ganz kurz, was die Lara da so spielt. Ja, hier so ein Busspiel. Und, macht Spaß? Mhm. Okay. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zur Dockny. Und hier. Das dauert nicht mehr so lange, wir haben schon 1.000 Euro. Ja, das dauert so. Ja, Leute. Dann nehmen wir das Küssen mal auf. So. Dankeschön. Ich bin, glaube ich, dran. Oh, you're welcome, sorry. I have not good English. Genau, das sagt meine Englischlehrerin auch immer so. Und dann so, jemand so, darf ich auf Toilette? Und dann die so, natürlich. Und dann so. Und dann, ähm, sagt die dann so immer, natürlich. Und dann sagt die andere Person dann immer so, Dankeschön. Und dann die immer so, you're welcome. What? Say it in English please. Nö. What? Ja, okay. Äh, so. Guck mal, der ist jetzt gleich erwachsen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Cash. Oh, du hast. Ich habe ihn. Du hast. Von mir habe ich ihn komplett erwachsen so gemacht, ne? Gib mir mal was zu trinken. Ähm, ich muss mich kurz interessieren. Ich habe auch ein Wurpertinger auf meine Musik-Eck gezogen. Ja, okay, der ist ja auch gekommen. Das ist jetzt nicht so das beste Pad, würde ich sagen. Ah ja. Kann man ja auch treten. Weil irgendwann gibt es das Musik-Eck nicht mehr. Und dann kann man da so was für bekommen. Weil es ist ja dann gut. Sozusagen. Soll ich mich mal vielleicht als Baby machen? Dann verdienen wir besser. Stimme erwachsen. Mach dich als Baby. Oh mein Gott. Egal, das Tier mache ich trotzdem. Jetzt habe ich jetzt kein T-Shirt mehr an oder was? Doch. So, Leute. Was hier ab bei euch? Schreibt mal in die Kommentare. Da ist jemand, da ist jemand. Schreibt in die Kommentare. Oh, bleib stehen. Wie er sich so freustig einzieht. Wo ist der? Hat er sich jetzt gehackt? Da. Ey, bleib stehen, bleib stehen. Ich will dir noch nur einen T-Shirt anfangen. Jetzt bitte lehne ich ab. Uh, hast du mal Fahrt? Könnte sein, dass es die von eben war. Die ich eben schon hatte. Könnte sein, weil die hat ja das gleiche in den Trade betaten. Jetzt hat er auch noch Durst. Das ist ja schon gut. Gute Quelle. Cash-Quelle, würde ich sagen. Oder, Leute? Gestern habe ich so gespielt. Da hatte so das Tier Durst. Und es war halt noch an dem Trinknapf dran. Und dann hat es direkt wieder Durst. Ja, und dann hat es halt zwei Meter nach. Uh, bleib stehen. Die bewegt dich doch nicht. Dankeschön. Komm. What a Trinker? Soll ich das machen? Das gibt nichts mehr. Ja, klar. Ja, sofort. Was denn? Nee, das gab, das hast du ja so sogar erträgt. Ey, da ist noch eine Person. Das sieht aus wie ein Känguru. Ich verstehe nicht, warum es fliegt. Alter, wie viele Personen? Zwei. Nimm an. Please. Please. OMG. So, okay. So, Leute. Das war es dann auch schon wieder von einer kurzen Folge mit Adopt Me. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert, damit ihr keine Videos verpassen wollt. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.